Ich frage mich, was ist in dem Kopf der Person passiert, als sie dieses Bild gemacht hatte? Ich frage mich, was ist in dem Kopf der Person passiert, als sie dieses Bild gemacht hat. Ich frage mich, was ist in dem Kopf der Person passiert, als sie dieses Bild gemacht hat.